hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge survival ascendant story modded wir haben in der letzten folge das raptoren pärchen ja ich würde sagen die folge geht weiter neben dem leben zurück weiter geht's beim para bin ich mir unsicher ob wir den mitnehmen sollen ich weiß aber nicht wo ich ihn stehen lassen soll weiß ob das hier eine gute idee ist aber ich mache es einfach mal bis gleich para bleibt doch schön am leben schießt was und wir ab doch war für mama wohl getötet war ein fleisch fünf uhr 22 ja okay baby raptor wird der für leiden aber der bleibt beim parasaurus stellen jetzt hier drunter an die ecke vielleicht haben wir ja gleich glück und wir haben noch zwei ausgewachsene raptoren das ist schon mal mit den dino babies ein bisschen blöd auch aber ist auch nice ok ok 11 uhr 30 oder 10 uhr 30 das ist ok damit kann man arbeiten dann kommt man mit und wenn man mit den schultern auswählen wie geht es und die schultern die Da vorne. Gut. Wir sitzen. Wir müssen schützen von Rommel. Da ist noch einer. Haben die keinen Level, ne? Das sehe ich schon richtig, ne? Die haben keine Level mehr. Auch nicht. Haben wir noch mehr? Was ist los? Schützen wir deine Base, please. So. Okay. Wir nähern uns dem großen Wasser. Wie viele Bäume die auch hingeknallt haben. Das ist so viel Dschungel nirgends vorher. Sterbt alle. Da lebt nur einer. Wegen mehr. Aber der kommt wieder. Oh nein. Der stirbt. Alle mit deinem Mann dann was für ein Radbäuer. Komm mit, komm mit. Komm, 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 komm. Fuck. Okay. Warte, warte. Ich krieg dich nicht auf meinem Traum. Kann extra stopp. Noch eine. Alle tot? Gut. Gut. Hier geht's noch relativ okay. Trotz jetzt ein bisschen Leben dazu. Schau den Leben hier nicht. Einmal alles auffressen. Na gut. Geht besser. Dem geht's gut. Weiter geht's. Ich möchte mindestens mal gucken, was da so los ist. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja, ist gut jetzt. Komm. Auf zum Wasser. Hallo Redwood. Sieht schon... Sieht schon ganz gut aus. Jetzt mit der shitty Grafikant. Ich friere. Geht's gut? Biberdämmer oder so? Nee, ne? Ich sehe keiner. Ich möchte, wir müssen zurück, wenn es hier zu kalt ist. Ich möchte eigentlich hier nicht sterben. Jups. Okay. Ab da gegen Pachy. Ich frag nicht, was die da machen. Außer offensichtlich versuchen, sich anzugreifen. Wir rennen mal schön wieder zurück. Ab da folgen hoffentlich, ja. Oh Gott. Ich hoffe zu kacken. Ich lauf weiter. Sehr schön. Ist hier? Was war das? Der ist nicht, wo ist er? Ah, da bin ich in Moshops. Da bin ich in Moshops. Entschuldigung. Nein, das sind Moshops, ne? Haben oder nicht haben. Nehmen wir mit. Aber gerade jetzt, wenn die Kruhe kommt, ist das eigentlich so wichtig. Oh. Wollen wir mal ein paar Bären, dass der Moshops bis nach Hause durchhält. Komm, 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 komm. Moshy, wo bist du? Moshops? 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 Da ist er. Schön, 100 Bären für dich. Komm mit. Komm schon mit. Moshops zum Sammeln. Moshops zum Sammeln. Perfekt. Der konnte, glaube ich, auch Fasern sammeln. Zu kalt ist es mir auch nicht mehr. Sehr gut. Der Junge ist da langsam. Na komm. Das dauert. Aber wir haben Moshops. Wenn da kein Baby mehr ist, der wird ja auch schneller. Da. Und die beiden? Los in Ruhe. Schafft er's? Oder hängt er fest? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er hängt fest. Eigentlich müsste das Pathfinding mal so einkriegen. Guck mal. Der ist einfach nur so megaklein und rennt deshalb mega langsam. Nee. Oh, cool. Wo geht's dir? Bisschen Futter hast du noch? Oh, okay. Ähm. Was kriegst du hier? Das ist ne richtig geile Farbe hier. Moshops, kommst du? So, du bist bald da. Ja. Gehen wir mal ein paar Meter weiter. Brrrr. Ja, die Patrouille ist wieder da. So, ich weiße fast. Ein Raptor ist verhungert. Der Raptor, den wir haben stehen lassen, das Baby-Ding, wurde von dem anderen Raptor gekillt. Aber ich habe noch zwei, ein oder zwei neue Raptoren gefunden. Ja. Na dann. Also, ja. Ist okay. Stellen die jetzt hier ab. Und alle schön her. Genau. So. So. Du hast noch Fleisch. Du hast Beeren. Und mein Sleashot. Du kommst da mit rein. I guess. Ich möchte mir ja schon erstmal die guten Kirchen bewahren. Also, besser ist erstmal mit rein. So. Baby-Raptor mit rein. Baby-Moshops mit rein. Nein. Du kannst... So. Außen stehen bleiben. Ihr drei. Komm bitte mit rein. Hier. Stell mit rein. Ihr seid ja in Sicherheit. Ja. Du kleiner Mensch. Bisschen sicher. Bären hast du genug. Du hast auch ein paar Fasern gesammelt. Du hast kein Futter mehr. Du wirst... Du würdest gut aufwachsen. Du brauchst... Futter. Das nehme ich alles her. Dankeschön. Das nehme ich alles her. Dankeschön. Dann kriegst du hier den Fisch. Oh, fuck. Auch schön neutral sein hier draußen. Du hast das gut. Wer landet hier? Ich seh's genau. Ich seh's im Hand. So. Du... ...gehalten. Passiv. Geht's doch. Du... Gehalten. Passiv. Geht's doch. Geht's doch. Du... Gehalten. Passiv. Geht's doch. Babys rennen sowieso nur dumm rum. Du brauchst noch 8 Minuten zum Liebhaben. Was ist jetzt das hier? Ein Holz drin. Ja. Sehr schön. Das kommt hier mal alles rein. Ist auch schon hier auch noch Holz drin, ja? Gut. Entfeuerbar ist es. Dann würde ich dem hier dann mal das hier geben. So schön. Was habe ich hier noch drin? So, das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt da nicht rein, das kommt da rein. Obwohl, nee, das kommt da nicht rein. Das hier kommt hier rein. Und das kommt hier rein. So, dann gucken wir mal, wie es jetzt gerade so leveltechnisch bestellt ist. Haben wir irgendwas noch nicht gelernt, was ich noch lernen kann? Nein. Schwert könnten wir machen. Aber da brauche ich sehr viel mehr Metall für. Oh, 50. Wir haben Prime Meat, da können wir aber gerade nichts mit anfangen. Lego-Sat, könnte man mal gucken. SD Lego? 200 Leder. Ja, nein. I don't think so. Brauchen und dringend essen. Du kriegst ja das Prime. Bitteschön. Dann würde ich nur mal Essen hier rausnehmen. Eins, zwei, drei. Bittesch auch gerne. Eins, zwei. Und die Kohle wollte ich noch loswerden. Und die Kohle könnte ich actually mal hier ein bisschen doch, nicht Feuerstein, sondern normaler Stein. Und Stöße noch. Wir haben keine Beeren mehr. Was sind denn unsere ganzen Beeren? Du hattest doch bestimmt noch welche. Und das Keratin würde ich auch gerne mitnehmen. Wenn schon, denn schon. Beeren. Das kommt hier rein. Das kommt hier drauf. So. Dann machen wir hier. Ich wäre gern unterwegs mit einem der Raptoren. Hier kommt klar auf euer Leben. Und die Fischung, bitte schön. So wurde es. Braucht es noch nicht. Gut. Dann nehmen wir die nehmen wir mit. Dem können wir uns zumindest wehren. Und sind relativ fix unterwegs. Auch wenn da wenig Ausdauer hat. Gucken wir hier ein bisschen rum. Drei Bowlers haben wir noch. Wir können tranken. Und ich hätte auch eigentlich ein bisschen Bock auf Loot Drops. Aber ich fürchte, ohne... Oh, das ist ein Rex. Ohne Schwimmen wird das nichts. Da ist ein Kanu. Der Rex kommt da nicht weg. Da ist ein Säbelzahn. Ja, nee. Die sollen mal ein bisschen... Die sollen mal ein bisschen alleine spielen. Ich habe auch vorhin Danotheriums gesehen. Hier auf unserer Seite vom Fluss. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Die Frage, was machen wir? Wo waren wir dann? Oh, der Raptor hat überlebt. Cool. Dann holen wir uns den noch. Der Raptor leben hier von der Mille. Hello. Level? Ach. Nur eine Eins davor, wer würde mir lieber gefallen? Hilfst du? Jetzt müsste er aber schlafen, auch wenn es kein Headshot war. Gut. Okay. Dann holen wir mal das Primate. Einmal Primate. Ah. Ohne die Br... Die kann man wohl auch. Dann kann man die wohl auch. Man muss natürlich auch treffen. Oh. Ich glaube, die kann ich gar nicht. Guck dir mal, wie schnell die geworden sind. Das ist doch nicht normal. Können wir hier schön vorne hin? Oh, wir können die mitspielen. Ich fürchte nur, der Stego kriegt den. Stego. Stego. Huff, ein Ding system und so. Ja, der Stego kriegt nicht. Kassel. Lassen wir bitte alle in Ruhe, danke. Ihr macht das hier. Wenn ein Bruder Dillo ist, ist mir auch ehrlich gesagt egal. Gehen wir hier rüber. Ach, wird vielleicht auch da das Fleisch raus und den geerntet hat. So, drei Prime-Meet, bitte schön. Du darfst auch mich direkt begleiten. Und, und, das müssen wir kosten. Sehr schön. Folgst du mir? Dann gucken wir da nochmal ein bisschen rum. Vorn. Ich bin hier weiter hoch. Nur aufpassen, dass wir halt eine Deiner Therians antreffen. Da hätte ich wenig Bock drauf. Ja, please don't. Degos. Degos sind okay. Pontos. Pontos sind okay. Hier waren aber auch die Deiner Therians hier vorne irgendwo. Also ein bisschen Obacht. Ah, da sind sie. Haben sie mich gesehen? Ja, haben sie. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Fuck, wo ist der denn jetzt? Ist der dumm? Ja, ist er. Ganz ehrlich, fick dich selber schuld. Wer nicht wegläuft, hat Pech gehabt. Zum Warten und Hoffen machen, liegt dir zu viel Schade. Hast tote Bäume? So. Gut. Der Wasserfall hier von Kugel macht. So. Wir laufen nochmal vor ans Wasser. Bestenfalls sind kein Alpha-Raptor. Der müsste irgendwo rechts grad sein. Der war nicht auf dem Rückweg auch praktisch direkt vor mir. Einen eigenen Rudel-Raptor haben wir noch dabei. Mal warten, Ausdauer. Gerade raus ist ein OV-Raptor, der ist okay. Huh, what the fuck? Habe die da stoppen, ey. Da war ja auch von oben runter gesegelt. Ich glaub's nicht. Guck mal wohl aus. Kasern, Leder, Stroh und Stein. Stroh. Leder. Kasern. Kasern, hallo. Oh. Äh, alles weg da. Stein hol ich mir in vorne. Wie kann's hier schon wieder kalt sein? Warum ist es hier mitten am Tag minus 4 Grad? Ich bin drei Stück reich. Ich höre ein Dillo. Was sagt denn mein Kopf und weg, weg, weg mit dem Menü. Komm, wie verpiss dich. Das war doch ein Cerato. Ich glaub das war ein Cerato. Ich weiß nur ob du. Deri. 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 Deri sieht du. Deri sieht du. OV-Raptor. Was sind die beiden, die da ewig zu Gange sind noch? Alles klar. Wer frisst auch grad was? Deri. Naja, die beiden können mich machen. Aber ich würde gerne Leder. Leder, was brauche ich? Faser. Ein paar Meter hier von den Brüttorn. Die Regeln weggehen. Oh. Wird reichen. So. Lederkopf. Und andere fehlt mir selber. Hilft auch noch nicht. Toll. Resistenz-Nug-Skill. Hilft auch nicht. Sehr gut. Muss das sein? Hupser. Nein. Lasset mich. Lasset mich in Ruhe. Noch Terry. Oh, ich wollte nicht runterspringen. Ist der gehört? Enten? Enten. Okay. Enten können mich mal. Die Flöte machen jetzt. Flöte ihn. Flöte die Ente los. Reicht, glaube ich, für den letzten Leder-Dings. Lederhandschuhe. Und mir ist noch zu kalt. Natürlich. Minus 5 Grad. Jo. Ja. Abtum. Ich lief zu. Was ich noch kriegen würde. Was ist denn der nächste, den ich reiten kann, hier? Der nächste, den ich reiten kann, wird ein Mammut. Wird Terrorbird sein. Hallo, Dottor. Okay. Okay. Nein, danke. Nein, das stimmt. Wenn eine Freundin herkommt, stirbt sie auch. Ey, traut sich schon gar nicht. Das ist mein Kumpel. Da läuft ein Baby-Raptor. Von der Ollen rum. Das ist mir egal. Ich muss ihn zurück. Ihre Müssen zurück. Ganz schnell. Dann laufe wir mal zurück. Nein, gut. Dann muss ich halt irgendwie erst ins Schneebiom oder ans Schneebiom dran. Ich muss mir ein bisschen Pelzrüstung machen, dass ich hier rumlaufen kann. Wenn ihr am Tag Minus gerade sind. Verstehe ich nicht. Warum macht man das? Das war doch vorher nicht. Kommt man auch mit so einem Zeugs rumlaufen. Chillen Sie bitte. Chillen Sie bitte. Danke. Laufen wir oben in den Dschungel. Und erhoffen, dass da wieder Wärme wird. Ja. Okay. Irgendwas höre ich hier, was... Ich glaube ein Cerato ist. Okay. Ich sehe es sehr nah. Oh, es sind zwei Ceratos. Baby Cerato. Fuck. Nein. Nein, hör auf zu kacken. Rind doch weg, Mann. Okay, Baby Cerato wäre da, aber ich kriege die nicht erledigt. Ich weiß nicht, was für ein Level die sind. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich die nicht erledigt kriege. Gut sie was anderem lotsen, wie ein Terry. Kann nicht so funktionieren. Ich brauche aber weniger Gewicht dafür. Ich glaube, zu zweit sind die relativ stark. Da sind zwei Baby Ceratos. Hey, nice. Wieso nicht? Noch einer? Oder sind das immer noch zwei? Versucht ihr mal mitzunehmen? Die kriegen ich noch nicht mal mitgenommen. Die folgen mir nicht mal. Das sind noch beide. Piss dich. Stuhl. Der Cerato-Einbogen. Problem ist, ich kann die nicht zum Terry. Komm mit, komm mit, komm mit. Komm, 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 komm. Hier, das ist der Terry. Oh, fang. Oh, fang, das war nicht. Beste Entscheidung. Okay, jetzt. Was willst du denn jetzt? Terry hat gewonnen, Terry hat gewonnen. Der Cerato läuft, glaube ich, da hinten. Oh, fuck, nein. Scheiße. Ich verliere Ausdauer, ich muss hier weg. Ich denke, der hier ist wirklich ein Rohr. Ich tue wieder scheiße Insekten an der raus. Das Baby Cerato? Er ist nicht hier. Können wir uns bitte alle verpissen? Scheiße, Baby Cerato. Verpisst euch alle. Mann, verpisst euch. Zieht ab, ihr Wichser. Ich sehe nichts, ich sehe gar nichts. Scheiße, Mann. Fast. Den will ich jetzt aber haben. Oh mein Gott. Warum sind die ganzen Deathcages noch hier? Das ist absolut unnötig. Okay, okay, okay. Fuck auf den Raptor. Raptor braucht kein Mensch. Du kommst mit. Wie siehst du aus? 92, du kommst mit. Du kommst mit, Mann. Der andere Raptor? Der andere Raptor? Da oben. Kommt ihr? Oder bricht euer Leben nicht mehr auf die Kette? Oh mein Gott. Was ist das? Das könnten sie mal langsam nochmal überarbeiten. Und schon damit wirbt. Mit dem Raptor da hinten ist er getötet worden? Ich weiß es nicht mehr. Mit. Mit dem habe ich mitgenommen direkt. Oh ja, ich spreche nicht. Kommt. Baby braucht ein bisschen, aber kommt relativ schnell hinterher. Kommt, kommt, kommt. Ja, das Baby hält gut mit. Scheiße auf den Erwachsenen, Zerator. Aber das Baby will ich haben. Wenn der Erwachsenen nochmal totkriegt, wäre das natürlich auch richtig geil. Baby ist dabei, Baby ist dabei. Baby muss noch vorher auswachsen. Hm. Könnt sein, dass Baby das nicht schafft. Geht durch. Ich weiß nicht, ob ich den Alpha-Haupt da reinlaufen. Warum macht ihr hier so viele Hübbelz? Schafft ihr es? Baby Raptor? Schaffst du es? Oder stehst du jetzt dumm rum und schweißt auf alle? Lass dich zum Sterben zurück, wenn du was machst. Ich will den Baby-Zerator haben. Schafft es der andere? Wahrscheinlich nicht. Nö, der schafft es nicht. Mir egal. Valerie kommt. Oh mein Gott, lass mich doch in Ruhe, Mann. Natürlich nehme ich auf. Schauen. Mir den Cerato. Ich habe hart dafür gekämpft. Ich habe zu viel dafür verloren. So. Rato höre ich noch. Baby Cerato könnt ihr gleich suchen. Ist egal, wo der ist. Er wird ja wohl nicht dies vorzahlen. Ihr Piss-Raptoren. Kommt her. Kommt her. Ich schaffe das dann noch nicht mehr. Ich schaffe das nicht, die zu holen. Fuck. Verpiss dich. Verpiss dich doch. Such dir Freunde, die mit dir spielen, du Scheiß-Drecksviele. Ach. Ich glaube, ich mache das jetzt außerhalb der Folge. Wird dir wieder zu lang. Ich hole mir den auf jeden Fall noch. Und wenn ich die Raptoren... Ich mache mir ein paar Bolas, ey. Spawn ich wahrscheinlich wieder im grommen Arsch der Welt, wo es absolut keinen Sinn macht, zu spawnen. Ja, 2000 Kilometer, natürlich. Ach, 2002 Meter. 2 Kilometer, so. Jetzt aber. Direkt noch sterben gehen. Das dauert mir zu. Bestimmt schon diesmal. Also ich gucke jetzt mal, ob ich den noch kriege. Ich denke, sehr wahrscheinlich nicht mehr. Aber mal gucken. Zumindest mein Deathcage müsste ich noch holen. Und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge mit hoffentlich mindestens einem Baby-Zerato. Bis dahin. Bye.